Sprache ist ja im Prinzip so etwas Ähnliches wie Zahlen und Sprache wurde ja auch nicht von einem Erfinder an der Spitze oder einem Wissenschaftler entworfen oder erfunden, sondern es hat sich im Laufe der Zeit eben so entwickelt und genauso ist das mit Zahlen halt auch. Man braucht sie einfach, ohne Zahlen oder ohne Sprache geht es nicht und ja, also vielleicht sind sie so eine Art Erfindung von allen zusammen, von allen Menschen zusammen. Vielen Dank.